2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Dezember-Video. Der Dezember hat ja 30 Tage und ich versuche, jeden Tag 36 Fragen zu beantworten, dass wir am Ende des Monats dann alle 1.124 Fragen durchhaben. Ich werde die Fragen und Antworten immer vorlesen lassen und dir dann immer was dazu erklären. Okay, dann fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Ich habe diese schon mal hier beantwortet, aber alle anderen Fragen sind noch unbeantwortet. Was versteht man unter defensivem Fahren? Mit defensiven Fahren ist gemeint, laut Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung sollst du dich ja immer partnerschaftlich und rücksichtsvoll verhalten. Das heißt, wenn andere Verkehrsteilnehmer zum Beispiel, stelle dir vor, du fährst in eine Straße, eine Engstelle und im Gegenverkehr stehen zum Beispiel geparkte Fahrzeuge. Also die Straße ist so schmal, dass nur entweder du oder der Gegenverkehr durchkommt. Und da der Gegenverkehr das Hindernis hat, muss er warten. Aber aus irgendeinem Grund fährt er jetzt doch in diese Straße rein. Dann musst du jetzt nicht auf deinem Recht beharren und da trotzdem durchfahren und ihn dann dazu zwingen, dass er rückwärts fahren muss, sondern du hast die Situation frühzeitig erkannt, hast mit dem Fehler der anderen gerechnet und bestehst nicht auf deinem eigenen Recht, sondern verzichtest halt in dem Moment auf dein Recht und damit ist die Situation dann auch geklärt. Warum derjenige das gemacht hat, ist uns ja egal. Kann ja sein, dass er irgendwie mit Gedanken woanders war oder nicht ortskundig, hat vielleicht irgendwas gesucht oder so und war halt nicht ganz aufmerksam. Genau. Und ja, eins an jeder Kreuzung halten ist natürlich Quatsch. Damit würdest du ja den Verkehrsfluss großartig behindern. So, Frage Nummer zwei. Was kann zu Auffahrunfällen führen? Okay, Auffahrunfall ist, wenn jetzt dir jemand zum Beispiel hinten in dein Fahrzeug reinfährt oder du jemanden in deinem anderen Fahrzeug hinten reinfährst. Zu dichtes Auffahren. Genau. Wenn man zu wenig Abstand hält, du brauchst ja mindestens die Hälfte der gefahrenen Geschwindigkeit in Metern, also sprich zum Beispiel bei 100 Stundenkilometer, also wenn du 100 kmh schnell fährst, dann 50 Meter Abstand zum Vordermann. Das ist auf jeden Fall richtig. Unerwartet starkes Bremsen. Ja, wenn du zum Beispiel, also die meisten Auffahrunfälle passieren ja tatsächlich in der Stadt. Hohes Verkehrsaufkommen und hohe Verkehrsdichte. Da schaltet zum Beispiel eine Ampel von Grün um auf Gelb und wenn du da zu stark bremst oder zu ängstlich bist, dann kann es auf jeden Fall zu einem Auffahrunfall kommen. Unaufmerksamkeit. Ja, klar. Unaufmerksamkeit sowieso. Das ist ja in vielen Gebieten so. Also stelle dir vor, du würdest mit deinem Auto in eine Stadt fahren, in der du dich einfach nicht auskennst. Der Vorausfahrende hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen. Ja, das könnte dir eventuell auch passieren. Also das ist auf jeden Fall richtig. Der Vorausfahrende betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät. Ja, oder er betätigt den Blinker zum Beispiel überhaupt nicht. Er sucht irgendwie nach einer Straße oder nach einer Hausnummer und dann sieht er die Straße und biegt zum Beispiel einfach ab oder blinkt halt zu spät. Der Vorausfahrende bremst unerwartet. Genau, also im Prinzip ganz genau das Gleiche. Sie fahren in einer Orden. Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr? Liegen bleiben wegen Kraftstoffmangels. Genau, das ist eine vermeidbare Behinderung, denn du hättest ja tanken können. Also wenn du irgendwo liegen geblieben bist wegen Kraftstoffmangels und da kommt zum Beispiel die Polizei vorbei, die wird dir, ja, du freust dich wahrscheinlich noch, dass sie dir hilft. Nee, nee, die gibt dir erstmal eine Verwarnung, weil das eine vermeidbare Behinderung ist. Abwürgen des Motors. Du fällst nicht durch die Prüfung durch, wenn du den Motor abwürgst, also normalerweise nicht. Es kommt halt immer darauf an, in welcher Situation du den Motor abwürgst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einer Kreuzung stehst und du musst schauen, dass du so schnell wie möglich da jetzt von dieser Gefahrenstätte wegkommst und dir stirbt der Motor ab, dann ist das natürlich eine vermeidbare Behinderung. Und das würde zum nicht bestehenden Prüfung führen. Langsam fahren ohne triftigen Grund. Das ist auch richtig. Also wenn da 50 erlaubt ist, dann fahr bitte, wenn es möglich ist, auch die 50 und nicht irgendwie 39 oder so. Das wird der Prüfer auch als vermeidbare Behinderung werten und er denkt natürlich, dass du die Situation irgendwie nicht verstehst und sehr ängstlich bist und das ist natürlich auch nicht gut. Warum darf man nicht unnötig langsam fahren? Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird. Genau. Die anderen Fahrer sind ja eventuell ein bisschen nervös und wenn du da etwas zu langsam fährst, dann fahren die gerne etwas dichter auf. Ja, warum kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Wahrscheinlich denken sie, dass sie damit dann schneller am Ziel sind. Ja, dann ist natürlich die Gefahr höher, dass ein Auffahrunfall passiert. Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden. Das ist richtig und es ist auch sehr gefährlich. Also wenn du ohne Grund langsam fährst, dann überholt dich vielleicht jemand, der es normalerweise nicht getan hätte, wenn du die erlaubten, sagen wir mal 50 kmh gefahren wärst, an einer Stelle, wo es vielleicht sogar etwas gefährlich und unübersichtlich ist. Aber das ist ihnen in dem Moment egal, weil du ihn praktisch damit provoziert hast. Weil der Verkehrsfluss behindert wird. Ja, genau. Alles richtig. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch abgefahrene Reifen. Ja, der Reifen hat ja ein Profil. Das Profil ist dafür da, um das Wasser unter dem Reifen, also zwischen Fahrbahn und Reifen zu verdrängen. Und um die Haftung zu gewährleisten bei schlechten Wetterungsverhältnissen. Und wenn der Reifen abgefahren ist, also weniger Profil aufweist, dann kann natürlich dadurch auch eine Gefährdung entstehen. Durch auffällige Lackierung des Fahrzeugs. Und da musst du aufpassen, diese Antwort ist nicht richtig. Jetzt würdest du dir natürlich denken, wenn jetzt ein Fahrzeug dir entgegenkommt, was eine sehr auffällige Lackierung hat, dann schaut man dieses Fahrzeug natürlich an und denkt sich so, wow, ein rosa Lamborghini oder so. Und ja, aber in dem Fall wollen sie, dass es auf gar keinen Fall eine Gefährdung darstellt. Also das kreuzen wir nicht an. Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer. Genau, die Scheinwerfer kannst du einstellen. Wenn du zum Beispiel Ladung mit dir führst im Kofferraum hinten, dann taucht dir das Auto hinten ein und würde vorne steigen. Und da kann man die Scheinwerfer wieder einstellen, also dass sie etwas tiefer scheinen, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Und eine Gefährdung kann auf jeden Fall dazu führen, äh, zu hoch eingestellte Scheinwerfer können auf jeden Fall dazu führen, dass eine Gefährdung entsteht. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? Okay, Achtung, ähm, hier ist die Rede von einem Zebrastreifen. Üblicherweise wird dann vom Fußgängerüberweg gesprochen. Und der Zebrastreifen und der Fußgängerweg, das ist genau das Gleiche. Also damit ist dasselbe gemeint, taucht aber in der Prüfung, da tauchen einfach diese zwei Begriffe auf. Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten. Genau, das kann passieren. Es sind ja Kinder und die achten da einfach noch nicht drauf. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück. Das kann auch passieren. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahender Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. Achtung, das ist eine Fangfrage, da musst du den Satz ganz genau lesen. Und, ähm, sie schätzen die Geschwindigkeit immer richtig ein. Das ist natürlich Quatsch. Also, ähm, das kreuzmen nicht an. Wie müssen sie sich verhalten? So, wir haben eine Gruppe von Kindern auf der rechten Seite. Ein anderes Kind, das gerade hier anscheinend am Laufen ist, auf der linken Seite. Also er wird wahrscheinlich zu seinen Freunden auf die andere Straßenseite rennen. Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben. Ja, ähm, natürlich situationsbedingt. Aber diese Fragen zielen immer darauf ab, dass, äh, das Schlimmste passieren könnte. Und das Kind wird wahrscheinlich jetzt hier über die Straße rennen. Deswegen sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben. Bremsbereit bedeutet übrigens, dass du den linken Fuß auf der, vor der Kupplung hast und den rechten Fuß vor der Bremse. Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern. Gut, das natürlich nicht, denn dadurch könnte eine Gefährdung entstehen. Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben. Okay, also in dem Fall ist natürlich nur Antwort 1 richtig. Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? Dass die Kinder sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen. Damit ist auf jeden Fall zu rechnen, ja. Dass die Kinder schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von Grün auf Gelb umschaltet. Ja, das kann natürlich auch passieren. Dass die Kinder auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert. Okay, also in dem Fall wieder einfach vom Schlimmsten ausgehen und da ist dann natürlich alles richtig. Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet. Womit muss gerechnet werden? Dass die Kinder bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln. Genau, wir als, also wenn wir zum Beispiel im Auto sind, dann haben wir meistens dafür auch ein Gefahrenzeichen. Das ist rot dreieckig mit der Spitze nach oben und warnt dich vor dieser Situation. Das kann passieren, ja. Dass die Kinder zu weit in die Fahrbahn kommen. Kann natürlich auch passieren. Das sind Kinder. Dass die Kinder absteigen und warten, bis alles frei ist. So, und das ist natürlich, wäre natürlich super und das kreuzen wir natürlich nicht an, weil, wie gesagt, wir gehen hier immer vom Schlimmsten aus. Okay, eine Straßenbahn und die hält an einer Haltestelle, ist hier oben zu sehen. Leute gehen zur Straßenbahn. Natürlich werden auch gleich die Türen aufgehen und Leute werden aussteigen. Dementsprechend müssen wir uns so verhalten, dass die Fahrgäste einen aussteigen können und notfalls müssen wir sogar warten. Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen. Okay, das stimmt nicht. Also wir als Fahrzeugführer in dem Auto müssen stehen bleiben und die Fahrgäste einen aussteigen lassen. Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Und du darfst nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. In Zahlen ist das 4 bis 7 kmh, also wirklich ganz, ganz, ganz langsam. Damit, falls da einer über die Straße rennt, du einen möglichst kurzen Anhalteweg hast. Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Gut, wenn die ersten beiden Antworten falsch sind, dann kann ja nur die letzte richtig sein. Sowas ähnliches gilt übrigens dann auch bei Busse, bei Bussen. Also das werden wir dann später wahrscheinlich noch bekommen. Und da ist ja schon einer. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Warnblinklicht an. Genau, wir haben einen Linienbus. Linienbus daran zu erkennen an der Zahl hier oben, das ist die Linie 56. Das ist übrigens ganz wichtig. Es gibt besondere Regeln bei Schul- und Linienbussen. Ein Schulbus hat hier oben ein Zeichen mit einem oder zwei Kindern drauf. Und da gibt es besondere Regeln, wenn er mit Warnblinklicht steht, wenn er links blinkt, wenn er rechts blinkt, wenn er fährt und blinkt und so weiter. Auf jeden Fall ein Linienbus. Und der steht an einer Haltestelle, sieht man hier, mit Warnblinklicht. Gut. Also pass auf, ein Schul- oder Linienbus, der mit Warnblinklicht fährt, darf nicht überholt werden. Okay, das ist falsch. Sie dürfen den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt. Sie dürfen an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Genau. Und wenn der Bus nicht mehr fährt, sondern hält, dann dürfen wir mit Schrittgeschwindigkeit, also sprich wieder mit zwischen 4 und 7 kmh an dem Bus vorbeifahren. Das ist richtig. Okay, noch eine Busfrage. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Warnblinklicht an. Also, im Prinzip eine gleiche Situation. Wir haben wieder den Linienbus an einer Haltestelle. Diesmal sind wir im Gegenverkehr. Und diese Regel, die gilt auch im Gegenverkehr. Also, wenn dieser Bus hier mit Warnblinklicht an einer Haltestelle steht, dann dürfen wir auch auf der anderen Straßenseite nur mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeifahren. Sie dürfen in keinem Fall vorbeifahren. Sie dürfen nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Okay, also nur mit einer Geschwindigkeit zwischen 4 und 7 kmh. Sie dürfen nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Das ist natürlich sowieso. Also ähnlich wie bei der Straßenbahn auch. Was ist in dieser Situation richtig? Warnblinklicht aus. Okay, gleiches Bild. Nur diesmal ohne Warnblinklicht. Und wie gesagt, das ist ein Linienbus. Da gelten natürlich besondere Regeln. Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren. Und jetzt dürfen wir vorsichtig an dem Bus vorbeifahren. Das heißt, ich muss nicht mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Ich darf auch schneller vorbeifahren. Aber du musst auf jeden Fall damit rechnen, dass gleich hinter dem Bus Leute über die Straße rennen. Und ja, also wie gesagt, vorgeschrieben ist es nicht mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Aber sehr, sehr vorsichtig und aufmerksam. Vielleicht, ja, situationsbedingt mit 30 kmh, vielleicht auch mit 20. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Als Gegenverkehr brauchen Sie den Bus nicht besonders zu beachten. Das ist natürlich Quatsch, denn es können ja von beiden Seiten Leute über die Straße rennen. Die entgegenkommenden PKW dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren. Das gilt natürlich auch wieder für beide Richtungen. Was ist in dieser Situation richtig? Warnblinklicht an. So, diesmal haben wir einen Schulbus. Erkennen an den zwei Kindern. Zuerkennen an den zwei Kindern, hier und auf dieser Tafel, der an einer Haltestelle steht und Warnblinklicht anhat. Jetzt haben wir zwei Fahrstreifen für jede Richtung. Also zwei Fahrstreifen, die in unsere Richtung führen und zwei Fahrstreifen hier drüben im Gegenverkehr. Allerdings haben wir hier eine bauliche Trennung. In dem Fall ist es so eine, ja, Botanik, also hier so ein Busch. Und jetzt ist es so, dass natürlich nur die Fahrzeuge hier auf dieser Fahrbahnseite mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren müssen. Und die im Gegenverkehr, die ja durch diesen Busch getrennt sind, also es könnte auch eine Mauer sein oder ein Zaun zum Beispiel, für die gilt es dann nicht, also wenn eine Trennung dazwischen ist. Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahren. Linke Fahrstreifen, damit ist wahrscheinlich unser linker Fahrstreifen gemeint, ja. Und wie gesagt, das stimmt natürlich nicht, denn wir sind ja hier, wir haben ja keine Trennung zwischen den Fahrstreifen. Und dementsprechend ist diese Antwort falsch. Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden. Ja, natürlich. Also das auf jeden Fall ist immer der Fall. Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeigefahren werden. Also in dem Fall ist gemeint, beide Fahrstreifen, die in unsere Richtung führen, ja. Die beiden Fahrstreifen und da der Bus Warnblendlicht an hat, dürfen wir nur mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeifahren. Da wird gar nicht eingegangen auf die da drüben. Ja, sieht man auch gar nicht. Okay. Wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen? An Einmündungen von Feldwegen. Ja klar. Also die Fahrzeuge, die da rausfahren, die bringen eventuell Schmutz mit auf die Fahrbahn. Und das könnte natürlich unter Umständen rutschig werden. An innerstädtischen Kreuzungen. Nicht unbedingt. Die sind meistens relativ sauber. An Baustellen. Natürlich. Also auch die Arbeiter können natürlich, wenn sie die Straße aufbohren oder irgendwas dort machen, dann kann die Fahrbahn natürlich auch verschmutzt werden und dementsprechend Rutschgefahr entstehen. Warum müssen Sie bei Nässe einen erheblich größeren Sicherheitsabstand einhalten als bei trockener Fahrbahn? Also klar, wenn die Straße nass ist, dann erhöht sich der Anhalteweg bzw. der Bremsweg. Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann. Ja, okay. Das ist auch richtig. Also wenn du natürlich Spritzwasser auf der Scheibe hast oder auf deinem Helm, dann wird die Sicht natürlich beeinträchtigt. Und das führt auch zu... Dazu wäre es natürlich gut, einen höheren Sicherheitsabstand einzuhalten, um dann mehr Spielraum zum Regieren zu haben. Weil der Bremsweg länger wird. Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe mit dem Profil. Okay. Also wenn du Nässe zum Beispiel auf der Fahrbahn hast, dann verschlechtert sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn. Und das Profil versucht das zu regulieren, indem es das Wasser unter dem Reifen, also in dem Fall das Wasser unter dem Reifen vorbeidrücken soll. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen? Auf stark befahrenen Strecken. Also auf stark befahrenen Strecken eher weniger, da ja viele Fahrzeuge drüber fahren und dementsprechend auch die Straße dann belebt ist und das Eis sich nicht so gut bilden kann. Und wenn Eis drauf ist, dann schmilzt es dort auch eher, als wenn die Straße schlecht befahren ist oder wenig befahren. Auf Brücken. Auf Brücken auf jeden Fall, denn die Brücke liegt ja meistens frei. Das heißt, der Wind kann gut drüber pfeifen und der Wind kühlt die Straße ab. Dementsprechend kann sie vereisen. Auf Strecken, die durch Wald führen. Und im Wald, also wenn du rechts und links Bäume hast, dann scheint ja die Sonne nicht so gut auf die Straße. Also sprich, die Straße bleibt eher kühl über den Tag und dadurch kann natürlich auch die Straße vereist bleiben oder vereisen. Also gerade wenn es in der Nacht kalt ist und über Tags dann die Sonne scheint, aber halt genau auf diesen Flecken der Straße nicht, dann bleibt die Straße einfach kalt und rutschig. So, wir haben hier Straßenbahnschienen und Kopfsteinpflaster und links haben wir entscheidend so eine Ausbesserung. Also das ist auch gut zu wissen, denn Kopfsteinpflaster sind auch relativ rutschig und links eine Ausbesserung. Das heißt, auf der einen Seite der Straße greift der Reifen besser oder schlechter als auf der anderen Seite. Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte. Ja, es könnte eine entgegenkommen. Und dann müssen wir natürlich auch reagieren. Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist. Ja, also es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, aber ja, wir sind sehr pessimistisch eingestellt. Das ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist. Genau, das ist gut zu wissen, denn wie gesagt, Kopfsteinpflaster kannst du dir auch vorstellen wie die Kühlrippen zum Beispiel an einem Computer. Die bieten einfach mehr Auflagefläche und wenn es kühl wird, dann sind die auch sehr rutschig. Also sie sind auch so sehr rutschig, aber gerade in Verbindung mit Nässe oder wenn da zum Beispiel noch Laub drauf ist, dann ganz besonders. Ja, am besten alles, denn egal ob du jetzt Lenkbewegungen, Beschleunigen oder Bremsen, das kann das Fahrzeug aus der Bahn werfen und am besten, wenn du merkst, dass du ins Rutschen gerätst, machst du am besten gar nichts. Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen sie dabei berücksichtigen? Das ist genau das Gleiche, wenn du im Sommer zum Beispiel, wenn es draußen sehr hell ist, in dein Haus und in deine Wohnung gehst oder einfach in den dunklen Raum, dann braucht es erst eine gewisse Zeit, bis deine Augen sich daran gewöhnt haben. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher. Ja. Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit. Genau. Schon beim Abbiegen haben sich ihre Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnt. Also wie gesagt, das dauert eine Weile und bis dahin solltest du sehr vorsichtig und etwas langsamer fahren. Was müssen sie hier tun, wenn sie geblendet werden? Okay, der Gegenverkehr hat entweder seine Scheinwerfer nicht richtig eingestellt oder er fährt aus Versehen mit Fernlicht. Wichtig ist natürlich nicht in den Lichtkegel reinzuschauen, sondern immer in den rechten Fahrbahnrand zu schauen, sich im rechten Fahrbahnrand zu orientieren. Denn man fährt immer dorthin, wo man hinschaut. Und wenn du in den Lichtkegel schaust, dann fährst du den Gegenverkehr. Geschwindigkeit notfalls vermindern. Also Geschwindigkeit vermindern ist meistens immer gut. Zum rechten Fahrbahnrand schauen. Genau. Beschleunigen, um schneller aus dem Lichtkegel herauszukommen. Ja, also das auf gar keinen Fall. Eher die Geschwindigkeit anpassen, also einfach etwas langsamer fahren. Wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen? An Straßenkreuzungen und Einmündungen. Ja klar, also wenn zwei Straßen oder mehrere Straßen aufeinandertreffen. In Kurven. Ja, wenn du zu schnell in eine Kurve fährst, dann kannst du zum Beispiel in den Gegenverkehr gedrückt werden. An Fußgänger überwegen. Ja, das ist besonders gefährlich. Denn gerade dort solltest du die Geschwindigkeit ja so anpassen, dass wenn sich ein Fußgänger dem Fußgängerüberweg nähert... Ach, hier haben wir es ja, Fußgängerüberweg. Okay, das ist das gleiche wie ein Zebrastreifen. Wenn sich jemand nähert, dann musst du ihn ja auch dein Anhalten erkennbar machen. Wenn du da zu schnell hinfährst, dann entstehen da nur Missverständnisse. Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? An Fahrbahnverengungen. Also sprich, wenn die Straße schmäler wird. Zum Beispiel, weil Fahrzeuge parken oder eine Baustelle ist oder einfach die Fahrbahn aus irgendwelchen Gründen schmäler wird. An Bahnübergängen. Ja, sowieso. Also Bahnübergängen mit Andreaskreuz ist sicher so zu verhalten, dass du auch noch notfalls anhalten kannst, falls ein Zug kommt. Also ähnlich wie beim Fußgängerüberweg. In unübersichtlichen Kurven. Ja, alles richtig. Wie durchfahren Sie enge Kurven? Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Ganz wichtig, du passt immer Gang und Geschwindigkeit vor der Situation an. Also in dem Fall auch vor der Kurve. Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen. Das ist richtig. Also wenn du im Scheitelpunkt der Kurve steckst, also sprich, wenn die Kurve sich langsam öffnet, dann kannst du wieder herausbeschleunigen. Erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Und damit ist gemeint, dass du, wenn du schon in der Kurve bist, erst bremst. Und das wäre sehr, sehr schlecht, denn da dein Fahrzeug könnte dann auch zum Übersteuern, nennt man das, zum Übersteuern neigen und ausbrechen, also auch in Steuern geraten. Ist es leichtsinnig, noch kurz vor einer Kreuzung einen Lastzug zu überholen? Ja. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen verdecken kann. Genau. Lastzug, also sprich, sagen wir mal, ein großer LKW mit Aufbau, der verdeckt natürlich einiges. Und umso näher du ranfährst, desto weniger siehst du. Ja, weil der Lastzug die Sicht auf den Querverkehr verdeckt. Ja, auf jeden Fall. Nein, weil Lastzüge meist langsam fahren. Okay, also immer die schlimmsten Antworten ankreuzen hier. Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. Okay, also sprich, du möchtest zum Beispiel ein Fahrzeug noch vor der nächsten Kurve, sagen wir mal, überholen. Und du denkst dir, bis dahin schaffst du es noch, aber aus irgendeinem Gründen, aus irgendwelchen Gründen, schaffst du es nicht mehr. Und dadurch schätzt du deinen Überholweg zu kurz ein. Und das ist auf jeden Fall schlecht, gefährlich. Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. Also machen wir aus der Kurve ein entgegenkommendes Fahrzeug. Okay, du möchtest jemanden überholen und ein Fahrzeug kommt entgegen und denkst dir so, ach ja, der ist ja noch weit entfernt, das schaffst du locker. Und aus irgendeinem Grund ist er dann doch näher als gedacht. Und wenn du die Entfernung zu groß einschätzt, dann wird es natürlich auch wieder gefährlich für uns. Der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt. Okay, wenn du ihn zu lang einschätzt, dann überholst du ja gar nicht. Also das ist in dem Fall falsch. Dann musst du die Fragen und Antworten ganz genau durchlesen und auch verstehen, was gemeint ist. Denn zum Beispiel diese Frage hier gibt fünf Fehlerpunkte und zwei von diesen Fragen würden dir schon ausreichen, um die Prüfung nicht zu bestehen. Die kannst du dir übrigens hier markieren oder ich markiere sie mir hier. Dann kann man die später vielleicht nochmal aufgreifen. Wann wird ein Überholender gefährdet? Ein Überholender. Also, wenn du jemand anderen überholst, dann bist du der Überholender. Wenn der Eingeholte zum Überholen ausschert. Der Eingeholte ist der, der überholt wird. Also sprich, sagen wir mal der LKW. Okay, der Überholender bist du und der Eingeholte ist der LKW. Wenn der auf einmal ausschert, also sprich, auf deine Fahrbahnseite rüberzieht, dann wird es natürlich gefährlich. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert. Wenn der Eingeholte, also sprich der LKW, seine Geschwindigkeit verringert, dann wäre es ja für uns günstiger, da wir ihn schneller überholen können. Okay, diese Antwort ist nicht richtig. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt. Und wenn derjenige, den wir überholen wollen, auf einmal Gas gibt, dann wäre das natürlich für uns auch blöd, denn dann müssen wir ja noch mehr Gas geben, um an dem vorbeizukommen, beziehungsweise es dauert einfach viel länger, bis wir den überholt haben. Das ist auch nicht erlaubt und dementsprechend, ja, schlecht für uns. Werde ich auch markieren. Es gibt irgendwie auch wieder fünf Fehlerpunkte. Also allein jetzt die und diese Frage, wenn du die falsch beantwortet hättest, dann hättest du in der Prüfung schon direkt nach Hause gehen können. In welchen Fällen muss das Überholen abgebrochen werden, wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt? Also, zum Beispiel von gerade eben noch mal, wir überholen jemanden und derjenige, den wir überholen, beschleunigt jetzt aus irgendeinem Grund. Dann müssen wir den Überholvorgang abbrechen, weil sonst würden wir uns ja mit dem ein Rennen liefern. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert. Wie gesagt, das wäre ja praktisch für uns, dann kommen wir schneller an ihm vorbei. Wenn durch unerwarteten Gegenverkehr Gefahr entsteht. Ja, also wenn auf einmal Gegenverkehr auftaucht, dann müssen wir den Überholvorgang eventuell auch abbrechen. Es gibt auch wieder fünf Fehlerpunkte. Wann ist das Überholen verboten? Jetzt kommen ja wirklich alle Fragen zum Thema Überholen. Wenn sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken. Genau, also du musst den kompletten Überholvorgang, also die Strecke, die du dafür benötigst, im Blick haben. Und wenn du einfach nicht genug sehen kannst, dann darfst du nicht überholen. Wenn die Verkehrslage unklar ist. Das ist auch richtig. Unklare Verkehrslage könnte zum Beispiel sein, du möchtest einen Radfahrer überholen. Und der Radfahrer, der fährt irgendwie komisch, der schaut schon die ganze Zeit nach links. Vielleicht möchte er gleich links abbiegen. Und das ist eine unklare Verkehrslage. Und dementsprechend darfst du den Radfahrer nicht überholen. Wenn sie nicht wesentlich schneller fahren können, als der zu Überholende. Das ist auch richtig. Also sagen wir mal, es sind 80 kmh erlaubt. Und dein Vordermann fährt 79. Und du denkst dir so, ja, mit dem 1 kmh Unterschied, da packst du den jetzt. Das würde natürlich ewig dauern. Und dementsprechend ist das Überholen auch verboten, wenn die Geschwindigkeitsdifferenz nicht ausreichend ist. Womit müssen Sie rechnen, wenn vor Ihnen ein Lastzug in eine enge Straße nach rechts abbiegen will? Ein Lastzug, das ist ein, stell dir einen großen LKW mit Anhänger vor. Er wird vor dem Abbiegen nach links ausscheren. Ja, das musst du dir so vorstellen, wenn große Fahrzeuge einfach nach rechts abbiegen würden. Das würde nicht funktionieren, da sie die Kurve schneiden. Also sprich, du würdest einfach mit deinem Fahrrad oder mit deinem Auto in die Kreuzung reinfahren und rechts abbiegen. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Hast du jetzt noch einen Anhänger hinten dran oder fährst ein großes Fahrzeug, dann würdest du den Fußgängern mit deinem Anhänger auf die Füße fahren, weil einfach der hintere Teil des Fahrzeugs einen engeren Radius fährt als der vordere Teil. Und deswegen müssen große Fahrzeuge, bevor sie rechts abbiegen, nach links ausscheren. Ja, das ist ganz wichtig. Er wird seine Geschwindigkeit stark vermindern. Ja, natürlich wird er die Geschwindigkeit anpassen. Er wird sich besonders weit rechts einordnen. Okay, das wird er nicht tun, denn sonst könnte er nicht links ausscheren. Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahmslos die Regel rechts vor links. Also ausnahmslos natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass da Verkehrszeichen stehen oder eine Ampel oder ein Polizist. Dementsprechend ausnahmslos gibt es die Regel rechts vor links natürlich nicht. Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt. Das glauben manche, ist aber natürlich auch nicht richtig. Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. Genau, also kommt natürlich immer auf die Vorfahrtsregel drauf an. Da werden wir bestimmt auch einige Fragen dazu beantworten. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Also in dem Fall haben wir eine Kreuzung. Wir haben keine Verkehrszeichen, also sprich rechts vor links. Wir haben Vorfahrt vor dem roten Fahrzeug, da wir rechts von ihm kommen. Und rechts von uns kommt anscheinend gerade keiner oder man sieht es noch nicht. Auf jeden Fall liegt hier Laub auf der Straße. Das ist auch sehr gut zu wissen, denn Laub ist natürlich rutschig und dadurch könnte natürlich auch der Bremsweg sich verlängern. Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat. Nein, hat es nicht, denn die Regel gilt ja rechts vor links. Also wie gesagt, wir sind rechts vor dem roten und dementsprechend haben wir Vorfahrt. Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht. Genau, Laub auf der Straße höhere Rutschgefahr. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte. Genau. Sie wollen aus einer Reihe parkender Fahrzeuge in den fließenden Verkehr einfahren. Hinter ihnen parkt ein Lastzug. Wie beurteilen Sie diese Situation? Okay, also du stehst einfach am rechten Fahrbahnrand, dein Auto ist geparkt und du möchtest losfahren. Du siehst aber nichts, weil hinter dir ein sehr breites Fahrzeug geparkt steht. Das Einfahren ist hier ungefährlich, weil sie sich im Schutz des hinter ihnen stehenden Lastzugs befinden. Also das Einfahren ist hier sehr gefährlich, da du ja nichts sehen kannst. Wegen der verdeckten Sicht können von hinten herannahende Fahrzeuge ihr Fahrzeug erst spät sehen. Okay, also du kannst die anderen schlecht sehen und die anderen können dich sehr schlecht sehen. Wegen der verdeckten Sicht können sie herannahende Fahrzeuge erst spät sehen. Genau. Sehen und gesehen werden. Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen sie rechnen? Dass Kinder mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren. Perfekt, genau richtig. Dass Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen. Ja. Dass Kinder sich immer verkehrsgerecht verhalten. Das wäre ein Traum und das Kreuz fährt uns wieder nicht an. So, 36, letzte Frage für heute. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und um die restlichen Videos nicht zu verpassen, lass mir gerne ein Abo da. Worauf kann Warnblinklicht hinweisen? Auf einen Stau. Warnblinklicht, das bedeutet ja, dass alle Blinker blinken. Und gelbes Blinklicht bedeutet einfach nur Achtung. Und wenn du auf der Autobahn fährst, sagen wir mal mit 130, und auf einmal tritt ein Stau auf, um den Hintermann zu warnen, schaltest du das Warnblinklicht ein. Damit er weiß, okay, da vorne ist ein Stau und du wirst wahrscheinlich gleich stark abbremsen. Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen. Genau, haben wir ja vorhin schon gehabt mit dem Schul- und Linienbus. Auf liegen gebliebene Fahrzeuge. Also wenn du zum Beispiel eine Panne hast, dann schaltest du auch das Warnblinklicht ein, um andere Verkehrsteilnehmer auf die Situation vorzubereiten. Gut, alle 26 Fragen richtig beantwortet. Mir geht jetzt auch schon die Stimme aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.